So Freunde, eine Hollywood-Geburtsszene. Ich freue mich. Lehnt euch zurück. Schauen wir uns das mal an. Oh ja. Gut. Gut. Also, da krete ich doch kurz mal rein. Klassiker, oder? Mann kommt nach Hause, Frau steht da, Blasensprung. Komplette Panik. Grundsätzlich müsst ihr keine Panik haben bei Blasensprung. Was ich hier gut finde, sie wird ja nicht liegend transportiert. Also das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen, dass sie mit dem Rettungswagen liegend in die Klinik gefahren wird. Das Kind fällt auch nicht raus. Ich kenne den Film nicht. Ich vermute mal, es ist das erste Kind. Blasensprung. Die, die es schon mal hinter sich haben, das kann richtig dauern, bis Wehen losgehen. Zwölf Stunden oder so. Also ja, aber Klassiker. Wir gucken mal weiter. Geht auf jeden Fall gut los. Ja, der Rollstuhl ist wichtig. Es drückt nämlich ordentlich. Ja. Herrlich. Klassiker auch, muss man echt sagen. Hollywood oder auch andere Filme. Frau liegt halt immer auf dem Rücken, hat ihr OP-Hemdchen an und hält sich irgendwo fest und drückt wie das Gewitter und schreit. Klar ist, gut, ist jetzt nicht die beste Geburtsposition. Das hat sich, glaube ich, auch rumgesprochen. Es gibt aber Frauen, die haben halt einfach so viel Kraft und fühlen sich so wohler oder vom Kreislauf her geht es nicht anders. Aber ich würde mir halt einfach mal für Filme wünschen, dass man im Vierfüßler geboren wird oder am Seil oder auf dem Hocker oder irgendwas, was einfach physiologischer funktioniert. Von der Schwerkraft her. Diese liegende Position ist einfach für den Steiß auch alleine richtig behämmert. Und von der Schwerkraft her kämpft die Frau ja jetzt nicht nur quasi das Kind irgendwie durchs Becken, sondern auch noch gegen die Schwerkraft an. Also ich würde es mir einfach mal wünschen. Aber es passiert nicht. Und na klar, Klischee, überforderter Mann, der nicht weiß, was er machen soll, der einfach mal so in den Raum ruft, sie soll sich entspannen. Alles schon erlebt. Also das ist jetzt gar nicht so weit weg von der Realität. Mal gucken, was noch so passiert. Okay, gibt Männer, die wollen hingucken, gibt Männer, die wollen das nicht sehen. Die meisten Männer tatsächlich stehen am Kopfende und haben da unten irgendwie keinen Blick für. Ist auch voll okay. Also kann ich auch komplett nachvollziehen, wenn die das so möchten. Es gibt auch wirklich Männer, die sind da sehr interessiert und stehen neben der Hebamme und gucken. Auch gut, dass halt da irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Arzt oder irgendwer ist, auch ständig abgetaucht ist unter diesem OP-Hemdchen. Und da guckt, was da passiert. Also man muss da jetzt nicht ständig hingucken. Aber es sieht ja so aus, naja, es sieht nicht so aus wie die letzte Phase, die Austrittsphase so kurz vor Geburt, so wie es sie da auch argumentieren kann. Frauen sind da mehr so im Tunnel und nicht so gesprächsbereit mit Partnern. Ja, weiter geht's. Er muss fast kotzen, okay. By the way, eins noch, bevor er jetzt hier fast kotzen muss, warum die komplett so aussehen, als ob sie gleich eine große OP machen, weiß ich nicht. Vielleicht ist das in Amerika so. Mit OP-Haube und so. Mundschutz. Also vor der Pandemie gab es diese Verkleidung nicht und danach gibt es die auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es aber in Amerika so. Was dieser Mensch da unten zwischen den Beinen die ganze Zeit abtaucht, ich weiß es nicht. Jetzt reicht eigentlich, wenn das Köpfchen jetzt schon zu sehen ist, was ich jetzt mal denke, weil er es wohl gesehen hat, ja, reicht so ein Blick von oben und eine Hand oder sowas. Aber man muss jetzt da nicht ständig gucken, was ist da los? Oh ja, er atmet mit, das ist schon mal gut. Ja, klar. Ja, so funktioniert's. Also mit einer Wehe rausgedrückt, das Kind, gar kein Problem. Süß fand ich ihn wieder, der ja völlig überfordert einfach mal mitschreit, so aus Affekt einfach mal mitbrüllt. Kann man machen. Auch schon erlebt, aber ist bis jetzt nicht umgekippt. Das wäre jetzt eigentlich noch so das Klischee schlechthin, dass er umkippt. Und passiert auch nicht so selten. Also ich erzähle ja immer gerne die Geschichte von dem einen Mann, der da mit so einem Verband von der Anästhesie dann bei uns aus dem Kreißsaal rausgetorkelt kam. Also wirklich getorkelt, mit Kind auf dem Arm. Stolz wie Bolle, aber so ein Otto hier oben hatte, weil er einfach mal die Grätsche gemacht hat. Ist ja auch völlig okay. Manche können halt Blut nicht sehen. Und jetzt schauen wir mal, was er hier noch so veranstaltet. Ja, guck mal, die Mutter sieht aus wie frisch geföhnt. Also kleinen Schweißtropfen, Haare locker zusammengebunden. Und das ist jetzt auch geil. Das finde ich so. Also das sind ja wirklich teure Produktionen. Warum nimmt man ein drei bis vier Monate altes Baby oder schmiert dem nicht wenigstens noch mal ein bisschen Glitsche irgendwo hin? Das kommt ja staubtrocken, völlig entknautscht auf Mutters Arm. Also da gibt es wirklich bessere Plastikpuppen, die besser aussehen wie Neugeborenes als so ein drei Monate altes Kind. Aber gut, so sieht kein Kind nach der Geburt aus. Keins. Das denkt man immer so schön. Oh ja, da kommt so ein süßes, entknautschtes Lebewesen auf den Arm. Eine Mutter hat gesagt, toll, ich habe Gollum geboren. Weil die halt wirklich ziemlich zerknetscht aussehen und schlabberiger. Und auch komische Farben haben. So ein rosa, weiß, manchmal nur so ein bisschen bläulich. Naja, und natürlich direkt trocken und nicht auf die Haut, Haut auf Haut, also Bonding, sondern eingewickelt. Und Mutter hat auch noch was an. Geht auch optimaler. So, weiter geht's. Ich glaube, jetzt passiert aber auch nicht mehr viel. Achso, Nachgeburt findet auch in Filmen nie statt. So die wichtigste Phase eigentlich für viele, wo früher auch wirklich viele im Mittelalter zum Beispiel verstorben sind. An der Nachgeburtsperiode, da kommen nochmal die Plazenta. Super wichtige Phase der Geburt findet einfach in Filmen nicht statt. Wette ich, das kommt hier auch nicht. Könnte ich jetzt hier, ich habe das noch nicht gesehen, 50 Euro in Topf, dass das nicht passiert. Achso, wo ist überhaupt die Nabelschnur? Wo war die Nabelschnur? Wollen wir mal zurückgehen? Ein Stück. Ich sehe die Nabelschnur nicht. Das Kind hat einfach keine Nabelschnur. Es ist drei Monate alt, kommt frisch aus der Mutter. Und Nabelschnur ist einfach nicht existent. Ich glaube, das war's. Ja, interessant, oder? Und so sehen das junge Mädchen und junge Frauen in so Filmen. Ist ja nicht der einzige Film. Und denken sich, ja, so läuft Geburt. Genau so ist es. Eine hysterisch schreiende Frau. Alles muss schnell gehen. Alles ist voller Alarm. Ein überforderter Partner. Ein Baby, was aussieht wie aus einem Bilderbuch. Nix blutig. Kein Blutfätzchen. Gut, das mag jetzt bei Filmen auch wieder so sein. Wenn da irgendwie Blut zu sehen ist, dann ist wieder altersbeschränkt. Und ja, kann schon sein, dass sie darauf dann Rücksicht nehmen. Aber das ist halt nicht die Realität. Also selten. Ist schade, ne? Und so könnte man auch schon jungen Menschen suggerieren, wie es eine Geburt sein kann. Wie es auch einfach sehr schön aussieht. Aber gut, es ist eine Komödie. Es muss ja alles ein bisschen überspitzt sein. Aber ja, so ist es, wie es halt in 90 Prozent der Hollywood-Filme abläuft. Blasensprung, völlige Hektik, Überforderung und ein sauberes Kind. Na gut. Bin gespannt, was ihr mir noch so zuspielt. Ich guck's mir gerne an. 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 Ich guck's mir gerne an.